Ja, da erkennt man dich. Aber das ist sogar noch länger her, oder? Nein, das ist nachher. Das war kurz nach meiner Rauszeit. Das ist das gleiche. Das ist PGL in Bucharest. Mit zehn Tarsin. Ja, da habe ich mit zehn Tarsin Mike S. Und Kevin gespielt. Boah, das ist aber auch ein zusammengewürfeltes Raster gewesen. Aber ihr hattet gut gespielt, oder? Nee, wir waren da nicht so schlecht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie weit wir in Formen sind. Tarsin ist stark im Laden, ne? Mit Tarsin hat es eh richtig Bock gemacht zu spielen. Eine geile Atmosphäre. Ich gebe keinen Fuck-Atmosphäre. Ich mache da jetzt ein paar gute Sprüche auf Lager gehabt. Den konnte niemand irgendwie so nervös machen. Wer hat da angesagt? Zu dem Zeitpunkt habe ich da angesagt. Hast du schon angesagt? Vorher, ich bin ja ins Team geeinigt. Da gab es noch Struksi und Staffros. Und dann irgendwann haben wir uns von Struksi getrennt. Und da habe ich dann quasi so angefangen, das ganze Zepter in die Hand zu nehmen. Weil die Ambitionen dann ein bisschen höher schon waren. Und ich wollte halt besser spielen. Und ich habe dann gemerkt, ich muss dann irgendwann das Zepter in die Hand nehmen. Und dann fing es an, dass ich so Captain Ansager geworden bin. Und ja, das war so eines der besseren Erfolge, die wir gezielt haben. Und dann kurz danach... Ja, das habe ich knapp nicht geschafft oder so. Hast du das da rechts vorne? Was? In der Karriere nochmal gestartet. Aber das Bild zeigt halt auf jeden Fall auch diesen Altersunterschied in Bezug auf die Bärte. Du hast so rechts nebendran, die beiden sind zusammen so alt wie Tarsin da vorne. Zu dem Zeitpunkt ungefähr. Und die Kinder haben einfach noch keine Bärte. Das entwickelt sich erst so ab 23, 24. Meinst du? Das wäre jetzt meine Theorie auf jeden Fall. Ich glaube, die lässt sich nicht halten, wenn du mal rausgehst. Ich glaube nicht. Hey, was soll denn das? Mann, ey.